komm, gib ihn mal Au, du Messer So, und? Wähle deinen Bonus, dann wählen wir mal Mini, wähle deinen Bonus Achso, es war schon, okay Maxi Bonus Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gewonnen Es ist blöde, wenn man nur noch halb durch die Kamera mit durchguckt Okay Ha Congratulations, welcome to the Streak's 3D Bonus Das ist blöde, das ist blöde, das ist blöde Bis dahin Bis dahin Was? Bis dahin Toh, bis dahin Mal Jetzt nehme ich mein eigenes Patscherhändchen. Und wir machen es mystisch. Oh, ich nehme Jackpot diesmal. Jackpot-Chance. Im besten Fall 1000 Euro. 50. Na komm. Ich finde die Ansagen so geil. Mir gefällt der Automat. Da sind die Jackpots. 13 dürfen wir auswählen. Ja, jetzt kann ich hier drücken. Jetzt sieht man nur oben nicht, wo die landen. Schön in zwei Töksen. Ja, jetzt kann ich hier drücken. Ja, das ist großartig. Ich mache den Film zum Beispiel. Ich mache den Film zum Beispiel. Und ich dachte schon, der schmiert mir jetzt komplett ab. Oh, shit. Ich würde gerne mal wieder die Mitte voll kriegen. Oder komplett voll, 400 Euro, wäre auch nicht verkehrt. Na komm, gib nur einen. Jawohl, und? Jawohl, da ist mal Double. Schön. Komm, mach das Bild noch voll jetzt. Oh, jetzt wird es spannend. Ja, Leute, voll Bild, 400. Super. Da kommt nichts mehr jetzt, wa? Ja, gut. Ach, im Ernst, da fliegen jetzt nur ein paar Münzen? Ich dachte jetzt kommt Feuerwerk, oder? Ich bin mir ein bisschen enttäuscht, wie das gefeiert wird. Hätte schon ein bisschen mehr erwartet. Jawohl. 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 Ich bin mir ein bisschen, ob ihr siehst. Ich bin mir ein bisschen. Wie ist es. Ich bin mir ein bisschen besser. Ich bin mir so. Das ist jetzt schön. Ich habe eine gute Fraktion. Das ist jetzt so. Ich bin mir ein bisschen länger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh schön, es war mal ein schönes Welt. Nehmen wir mal die Mitte, ich weiß gerade, ihr nehmt mir was, was war. Achso, hier oben. Der ist Port Royal. Das ist das Freispiel, ja. Okay, 4,50 Euro eingesammelt. Und, achso, der lädt die Schürztruhe, okay. 3 Spins, 9. Achso, die Bombe beendet, okay. 9 Euro, komm, sammeln sie ein. 13. Ah, jetzt kommt bestimmt hier der Typ und klaut uns das Geld. Ah, wo Glück gehabt. Nö, nö, erst bei der Bombe. Gibt aber 3 Features, 3 verschiedene. Ist auf jeden Merkur drauf. Das ist möglich. Ja, das ist blöd. Ne, der löscht wieder. Aber es geht weiter. So lange, bis die Bombe kommt. Genau, dann sammelt er ein. Oder bei der Bombe sammelt er ein. Aber es ist das Ende. Da jetzt sammelt er ein. Bis in alle Ewigkeit gefühlt, ja. Ich hab das auch selten gespielt und, äh, ja. Jetzt, äh. Jawohl. Das ist wahrscheinlich, wenn 100 Euro sind, ist wieder Ende. Man kennt es ja. Mal schauen. Es gibt ja nur eine. Es gibt nur eine Münze, die erhöht. Die Truhe sammelt ein. Der Typ löscht und die Bombe sammelt ein und beendet. Jetzt kommt eine Truhe. Jawohl. So ist interessant. Ja, so ist interessant. Aber du brauchst einen sehr langen Atem, bis du überhaupt mal da rein kommst. Da brauchst du einen sehr langen Atem. Ja, aber es gibt drei Features. Das ist jetzt eins von drei. Das war in der Mitte, das. Du hast links, rechts, äh, links, Mitte, rechts. Ich hab auf die Mitte gedrückt. Jetzt, weil ich nicht wusste, was was ist. Und da kam das bei raus. 47 Runden schon, ne? Da ist Ende. Aber. Ja. Kann man nicht mehr. 121 insgesamt, ja. Zum Glück nochmal gerettet. Oh, wie schön. Wow. Komm, hau noch einen Grand rein. Oh, nochmal Maxi. Komm weiter. Jo. Mini. Okay. Komm, mach noch was. Und? Ahhhh. Das hat sich doch mal gelohnt. Das hat sich doch mal gelohnt. Das war schon mal gelohnt. Ja. Okay. Das hat sich dann schon mal gelohnt. Und das hat sich dann entschieden. Auch 2,50 Euro. Ich bin hier so großartig. Ich bin hier so großartig. Untertitelung. BR 2018 Oh, guck mal, oh, wow, 147. Wenn er voll macht, 11.000, wenn alles voll ist. Oh, ich habe noch sieben Drehs. Das könnte, vielleicht könnte das noch etwas gehen, ich weiß es nicht. So, ein bisschen Maske hoch. Oh, 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 einer fehlt für den ganz Großen. Wenn ich den jetzt kriege, er raste ich aus. Das müsste doch dann der Grand Jackpot sein. Der gibt ihn nicht, garantiert nicht. Und letzter, letzte Chance. War klar. Ja, da oben, 162. Da fliegen die Münzen. Auf einmal, oh, Vampire's Night. Ja, das ist keine Verlängerung, vor allem, weil auch der Scatter-Sound kommt. 200, aber wieder knapp daneben. Das gibt es nicht. Ja, ist gut. Machen wir weiter. Ja, das Bild jetzt noch mal am besten, was er dann angezeigt hat. Ja, aber er hat nicht viel gewandelt, ne? Er hat nicht viel gewandelt bis jetzt. Schade, das hätten 1.000 Euro grad sein können, ey, weißt du? Ja. Na ja, immerhin, ist okay. Guck mal, schon 40 Euro nur für die zwei Berge. Ja, das ist ja, 20 Euro schon dafür. Jetzt bin ich mal gespannt in den Freispielen. Zentaurus. Ja, komm, gib Gas, weiter. Das hat das Mann gespielt, der muss. Ja. Ja, ich hab's erlebt, wie es gehen muss. Mit Feature beendet. Nee, nee, der knallt hier. Aber jetzt, oh, er hat schon zweimal den Dings drin, ne? Ah. Sind aber trotzdem 22 Euro gewesen. Ja, solange der Connection... Ah, nee, Moment. Die 20 Euro waren ja von, eben, vom Startwert. So viel war das gar nicht. Nee, nee, die 2 Euro waren das grad eben. Die hat er nicht angenommen. Das wird, meine ich, doch alles gesammelt, meines Wissens. So, jetzt, hoffentlich haut da mal was raus. Man braucht da ein paar Haio-Pais da, sonst bringt das nicht. Ja, ja, klar, wir brauchen da... Ein paar Whales. Oder hier, diese Harfe am besten. Das waren 35 Euro, 44 Euro. Ja, 44 Euro ist gesammt. Ach, schade, das war's auch schon. Und, geht er hoch? Ach, ich hab Start gedrückt. Ich wollte Risiko drücken. Ah, der wäre aber auch gefallen. 2,25 Euro. Das war's auch schon. Oh, shit. To the Sphinx 3D bonus. Touch to open. Choose your favorite winners. To the Sphinx 3D bonus. 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 To the Sphinx 4D bonus. Lein gefädelt und jetzt 151 Euro. Das hat schon mal gelohnt, für 1,60 Euro. Ja schön, schönes Ende, ich hoffe es hat euch gefallen, dann denkt dran zu liken, abonnieren und so weiter und dann sehen wir uns demnächst, hier habe ich euch ein bisschen was zeigen können. Bis demnächst wieder, tschau zusammen.